Yo Freunde, wie geht's euch? Einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Seit über 1100 Tagen reagiere ich jeden Morgen auf den neuen Fortnite-Shop. Also falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann würde ich sagen, reagieren wir auch heute wieder auf den neuen Shop. Also let's go, wir klicken direkt mal oben drauf. Es soll heute auch was sehr, sehr Seltenes geben, aber zuerst gehen wir natürlich ganz an den Anfang. Da haben wir, oh, oha, wir haben, hä, was ist das denn, lol, was ist das denn für ein Special Shop? Okay, also wir haben erstmal anscheinend das Ninja-Paket drin, bestehend aus Ninja natürlich, seinem Backpack, der Hacke mit diesem Sound und dem sehr, sehr geilen Ninja-Style-Emote, den mag ich, also den Emote alleine würde ich mir holen. Da ist das Ninja-Paket drin, dann haben wir auch das Loser-Fruit, das Loser-Fruit-Paket, bestehend aus Loser-Fruit natürlich, aus der Frau, dem Backpack, der Hacke mit diesem Sound. Und ihrem Emote, wo sie so eine, ist das eine Tomate? Ne, eine Erdbeere, eine Erdbeere gießt. So ein crazy Emote, okay. Dann geht's weiter mit Lachlan, oder Lachlan, wie auch immer man ihn ausspricht. Seinem Backpack, dem einen Emote und der Spitzhacke, die auch sehr geil ausschaut. Dann haben wir der Graf, hat auch ein Emote. Ey, diese Ikon-Emotes sind schon ziemlich geil. Auch wieder natürlich hier mit seinen ganzen Sachen, alle wieder dabei. Dann Laserbeam hat auch natürlich sein Set wieder dabei. Okay, heute sind anscheinend alle YouTuber-Sets wieder dabei, auch bestehend aus dem Backpack, der Hacke und dem Emote. Also die vier YouTuber, fünf, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf YouTuber-Sets sind jetzt wieder da. Kratos ist auch wieder da. Und, oh, es gibt ein neues Wappen. Lol, was ist heute für ein Special-Shop? Okay, es gibt anscheinend ein neues Wappen. Das ist das FNCS-Logo, oder? Okay, zeig ihnen, wer du bist. Okay, kann man sich jetzt einfach kaufen. Ich glaube, man könnte so etwas Ähnliches schon mal machen, wenn man bei den Superhelden diesen Backpack gekauft hat, womit man die eigenen Logos dann zu, ja, Backpacks machen kann. Und da gab es ja auch so ein ähnliches Icon hier von FNCS. Damit könnte man so etwas Ähnliches machen, allerdings dann, glaube ich, ohne die Streifen und ohne die Animation. So muss man halt nochmal 200 V-Bucks ausgeben. Ja, hat Epic schon clever gemacht, dass wenn man hier diese Special-Animation will, man nochmal so 200 V-Bucks ausgeben muss. Schaut aber schon ziemlich cool aus. Also, den, glaube ich, werde ich mir holen. Den mag ich. Dann fluffen wir wieder drin, auch ein sehr süßer Skin. Das Zepter dazu, der Fischstiebchen-Skin, der normale, nee, der Atlantis-Fischstiebchen, sorry. Das ist der Atlantis-Fischstiebchen mit dem Backpack. Und natürlich die Hacke auch noch dabei, wie immer. Dann gehen wir weiter auf die nächste Reihe. Da haben wir jetzt den Synapse-Skin. Und ich glaube, das ist heute das seltenste Item des Tages. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, das ist das seltenste Item. Heute 545 Tage nicht im Shop gewesen. Auch mit diesem Backpack. Der war natürlich dann auch so lange nicht drin. Insgesamt auch nur viermal zu kaufen gewesen bisher. Habe ich mir aber selber nicht geholt. Hat auch zwei Stile. Oh, der grüne Style. Schaut schon fresh aus. Vielleicht hole ich mir den mal mal gucken. Den finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Okay. Whitecard ist auch wieder da mit seinem Backpack. Dazu dann auch noch eine neue Lackierung. Das Kartenchaos. Okay. Reaktive Lackierung. Okay, sie ist animiert. Sie färbt sich anscheinend rot, wenn man damit schießt. Hm. Hm. Ja. Hm. Würde ich mir wahrscheinlich jetzt eher nicht kaufen. Eselach ist wieder da. Ja, die finde ich geil. Die würde ich mir holen. Dann haben wir wieder eine Musik. Dafür muss ich ganz kurz hier die Musik anschalten. Die Täuschung haben wir. Das ist, glaube ich, die... Ist das der Midas Dance? Das ist so Mission Impossible Style. Oh, der geht klar. Die Musik geht auf jeden Fall in Ordnung. Und dann haben wir noch die Pirouette. Für ebenfalls 200 Librex. Auch sehr okay für den Preis. Kann ich empfehlen. Yo. Masterchef ist wieder da, Alter. Wie viele Pakete sind bitte heute in diesem Shop für den WTF? Wenn ihr euch heute was holt, ihr wisst ja Credit Code SNOXY gerne eintragen. Und ihr könnt auch, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wieder unten einmal die Videobeschreibung ausklappen. Und einmal auf diesen MeinPC-Link, der ist, glaube ich, so in der vierten oder fünften Zeile. Da könnt ihr gerne einmal draufklicken, den Link kurz im neuen Tab öffnen. Diesen cut.ly slash SNOXLINK. Könnt ihr gerne einfach mal schnell im neuen Tab öffnen, wenn ihr mir helfen wollt. Weil das ist der Partner-Link zu meinem Partner Hightech. Die haben sehr geile PCs und die tracken quasi, wie viele Leute da draufklicken. Also wenn ihr wollt, dass wir hier mehr Preisgelder, mehr Verlosung haben, dann gönnt gerne mal einen Klick da drauf. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank an alle, die das machen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Geiler Shop heute. Wir sehen uns jetzt gleich auf Twitch. Ich bin noch wieder live. Also kommt gerne vorbei. Und bis dahin. Ja, macht's gut. Was heißt bis dahin? Kommt einfach vorbei. Leute, bis gleich auf Twitch. Ich räume mich auf euch. Bis gleich. Tschüss.